Lumi! Wisst ihr was, Jungs? Hammer Time! Ja, mach nur mal so ne Planke. Dann mach ich doch mal ein Gravitationsfeld, Lumi. Oh, wie komm ich denn? Komm ich denn nicht rein? Ist ja frech. Ich kriege doch den Hammer nicht durch. Das ist doch frech. Och Mann! Mein Hammer ist zu dick. Jaja, Benni. Zu steif, war? Ne, zu dick. Jaja, steif, dick, wie auch immer. Lumi, ich glaub du musst dieses Ding hier umlegen. Links unten ist noch was hier. Lumi, dann nimm mal das Brett raus. Ah, Kiss. Ich glaub nicht, dass es da links oben irgendwas bringt. Kann man da nichts machen? Kannst du das nicht hochheben, irgendwie das Brett oder so? Nein, nein, nein. Können wir dort Wasser reinschieben? Hier von dem Springboll, irgendwie das Wasser darüber? Ja, du kannst den Arm ja, ne. Irgendwie, was hast du vor? Ich weiß nicht, wo du das Wasser... Du willst ja was unten Wasser hinlaufen lassen. Ja, weil wir dort nicht rankommen hier an das Ding zum Einsammeln. Ich dachte, wenn wir dort das Wasser, was unten drunter ist, wenn man das irgendwie hochschwimmt, könnten wir ran. Hm, aber vielleicht hat das Rad hier was zu sagen? Oder wofür ist das Rad hier da? Das ist fürs Deko oder was? Keine Ahnung, die Arntuche hatten wir vorhin auch schon mal nur Deko. Keine Ahnung, ob das Rad irgendwas zu sagen. Also, wir hatten vorhin schon mehr Sachen, die einfach nur Deko waren. Ja, ich hab richtig gut gemacht. Ich würde jetzt andersrum drehen. Ich würde das Wasser nicht umlenken. Ich würde über die Schultern lenken, sozusagen nach oben weiter. Kann ich ja nicht. Ich kann nur nach unten. Das hier kann ich machen. Moment. Ähm. War ich das? Mal immer. Links hat sich auf jeden Fall was getan. Okay, hier ist erstmal ein Durchgang jetzt geworden. Was kommt hoch? Was kommt hoch? Wir gehen erstmal hier weiter, Lumi. Ja, aber rechts geht's ja weiter. Ja, rechts geht's weiter, genau. Und wir kommen dort halt nicht hin, wo das extra Ding ist. Kannst du das nicht kaputt hauen? Das ist doch so ein Fass. Ich komm nicht da rein. Und kaputt hauen. Aber du kannst vielleicht eine Planke oder sowas machen und das so hochziehen. Hier oben links drüber. Links im Hohlraum. Und eine kleine Planke, das hochschieben oder so. Oder einfach eine Runde drücken, das hochfedert oder so. Keine Ahnung. Nee, es geht nicht hoch. Kannst nicht hochschieben. Aber ich kann es runterdrücken, damit du vielleicht... Ich komm da eigentlich gar nicht rein. Du musst das Ding hochschieben. Irgendwie jetzt hochziehen. Ja, 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 hoch. Ja, ja. Jawoll. Da ist noch was. Moment, da ist ja noch eins. Okay. Keine Ahnung. Ich glaub's doch nicht, dass das so gedacht war. Aber es hat funktioniert. Nö, ich hab's uns keine Lösung gesehen. Bist du, war's doch gut, dass ich fett war? Kann mich besser mit dem Bauchrad zum Einsammeln. Ähm, über uns sind Sachen, Felix. Ja, ja, ich will erstmal den Kumpelblatt machen. Bist ja fies. Mörder! Pass auf, das Ding schießt mal weiter. Oh. Ja, hier. Da hat Boom gemacht. Uh, das kannst du nicht fahren? Das Ding kann man bewegen, ja. Na! Ja! Artillerieee! Angriff! Benni! Guck mal, ich kann's sogar blocken. Krasse Scheiße. Äh, jetzt fährt sich gleich runter. Oder? Nee, das fährt nicht runter. Aber hier, Artillerieangriff. Boom! Oh, ich kann in die andere Richtung schießen. Guck mal. Äh, ups. Wuuu! Brauchen wir das in eine andere Richtung vielleicht, irgendwie? Nein, ich hab's ja schon in der in Richtung genutzt. Nein! Nein! Hä, wo denn? Nichts. Dort. Ja, nein, auf! Ich hab' aber nichts zu tun, ja? Ich hab' auch nichts zu tun. Müsst' ja erstmal zurückgehen, weil ich kann ja nicht wieder beläht werden, also ihr wollt da oben irgendwie ran. Ich hoffe, das ist auch so. Brauchen wir schnell. Okay, dann geh' ich schon weiter in der Ruhe. Ich wollt' eigentlich nur gucken, wo der Checkpoint ist, um mich wieder zu beleben. Ja, komm, Kobolde. Viel Spaß. Da oben komm' ich nicht ran. Kannst du die mal einkerkern und runterbringen? Wir müssen nach links oben. Kannst du trotzdem mal den Kobold da runterbringen? Mömi, einkerkern. Wollts rauchen gehen? Ja, ich hab's... Fenix, ich hab's doch schon verstanden, wie viel es ist, wie weiß denn? Ich bin wieder nett, ich weiß, Lumi. Ja, ich bin nett, Lumi, ich weiß. Als ob ich auch nicht geistesgestört und nicht hören könnte, wäre. Ich hab' nie gesagt, du wärst geistesgestört, das hast du gesagt. Ja, deine, deine Art und Weise mit mir umzugehen macht mir gar nicht. Ja, ja, ja. Können wir jetzt mal irgendwie hochkommen? Ja, Benni will das nie lösen, anscheinend. Wo bist du hoch? Wat, wat, wie, wo? Da oben. Über den gelben, über den Kugeln sind nochmal Kugeln. Also ihr wolltet das ja ohne mich machen. Ja. Ich bin hoch. Sehr schön. Jetzt braucht man, muss ich halt wieder verleben. Ich muss zum nächsten Mal wieder zum Checkpoint zurückkommen. Jetzt, jetzt geh ich grad zum Balkon. Ach. So, was denkst du jetzt, wie wir hier hochkommen, wie ist dein Plan? Äh, Türmchen bauen bis da oben. Okay, dann bauen wir Türmchen bis da oben. Warum baust du eigentlich Kasi größere bauen? Ne, okay. Das ist ein sehr schiefer Turm von dir. Sonst kann man halt nicht drauf sitzen. Doch, reicht doch. Du kannst auf zwei drauf hüpfen. Oh, guck mal. Ich kann sogar auf den dritten noch drauf hüpfen. Bäh. Ich muss nur einen ganz kleinen Kante lassen. Guck mal. Um da hochzukommen. So. Ich kann hier noch sowas machen jetzt. Warte. Du musst da weg. Dann komm ich nämlich raus. Ne, du kann... Ich block dich nicht. Immer noch. Echt, Mann? Kann ich nicht blocken. Du kannst dich auf mich drauf stellen, weil du... Hier so. Okay, und dann mach ich dir ne Kiste. Ups. Okay, und jetzt soll ich da rüber segeln oder wat? Wie ist der Plan? Wie ist der Plan? Oder auf die Flanke und weiter. So, die hab ich. War das jetzt das weiteste? Gleiches wie hier unten. Okay. Das es mal gibt. Aber alles. Moment mal, hab ich nicht. Da rechts ist noch. Ja, aber... Bei mir hab ich das eingesammelt. Hm. Ah, jetzt muss ich wieder hier hochklettern. Ist noch alles da? Was nicht mehr geht. Ne, nur eins ist noch da. Ich weiß nicht, warum das noch... Warum es das nicht gezählt hat. Aber dann muss ich nochmal runter. Kannst du hier glaub ich einfach ein Türmchen bauen. Direkt runter. Dann geht auch. Oder du steigst auf mich und ich schieb dich hoch. Oder so. Jo. Jo. Wüste, geht auch. Was? Ja, aktivier. Wüste. Ähm, okay. Moment. Das geht nämlich nur, wenn einer drauf ist. Einer geht nur drauf. Immer noch. Weil es Katapult ist. Oder auch nicht. Also das schießt auf jeden Fall, wenn man gar nicht drauf ist. Wüste, geht auch. Felix ist natürlich jetzt nicht da. Schießt seinen relativ hoch. Oh. Na gut. Tschüss. Ich mach keine Goblins. So, wieder runter? Jo. Müssen wir weiter. Oh oh. Ah, nicht schon wieder. Oh mein. Moment mal, aber der macht jetzt irgendwie noch... Oh oh. Jo. Habt ihr noch was? Ich bin noch unterwegs. Ich bin tot. Ich bin tot. Äh, warum ist der rechten? Der ist noch nicht festgebunden. Der ist noch nicht festgebunden. Der ist nicht mehr festgebunden. Wie ist das denn da? Ich bin tot. Alles nützt euch ja eh nicht so viel. Klar, nur zu uns was. Du kannst die Kugeln nämlich nicht bewegen, die dir schießen die fieschen fieser. Na gut. Ich geh nicht mal wieder beleben. Bis gleich. Komm ich überhaupt hoch? Kann man nicht hoch und wieder beleben. Oder? Doch. Guck mal. Moment halt. Ah, du hast ihn getötet. Okay. Achtung. Du musst die Kugel glaube ich, die hier gleich kommt und auf die Dinger selber zurückwerfen oder sowas. Die Kugel da. Oder so. Ich glaube wir müssen diesen Explosivfass da oben treffen. Tatsächlich. Guck. Genau. Hat´s funktioniert. Er ist noch´n drache? Oder was ist das? Ke´n drache. Das sieht noch´n mini drache aus. Der ist ja süß. Bleib stehen. Und hör zu. Wir haben die margaret. Was? ob du sie was? Margaret. Wohnt zum teufel warst du denn. Sprech! Und zwar schnell! Der Lindwurm wird sich um euch kümmern. Ich wünsche einen guten Flug. Oh, jetzt begreife ich. Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin. Und denkt dran, kommt nicht zurück, sonst ist die Frau dran. Gute Reise, wohin auch immer. Und bringt endlich das Weib zum Schweigen. Vom Kobold Wees überlistet, ward das Trio von einem schrecklichen Lindwurm in ferne Lande geflogen. Wohin bringen sie sie? Die Kobolder hatten gedroht, Margaret etwas anzutun, kehrten die Helden zurück. Feiglinge! Alles Feiglinge! Eine unschuldige Frau zu entführen! Naja, eine Frau. Eine düstere Wendung in der Geschichte der Helden. Womitare dazu noch. Joa, jetzt sind wir die Wüste. Eine Frau. Das kenne ich übrigens auch nicht mehr. Flog davon, dass der DLC schon. Echt? Ja. Das ist der Goblin DLC, seitdem wir wieder hier nach dem Drachen war eigentlich Ende. Was für eine schreckliche Wendung. Ich koche in meiner Rüstung. Benni kocht. Hups, sieht's aus. Ja, Lumi, ich bin wirklich manchmal ein bisschen zu hart mit dir, ich gebe es zu. Ich bin leicht, ich hab's für uns grad gemerkt, ich bin der... Aber wir stehen noch immer unter seinem Zauber, sind noch verbunden. Der Eckressor. Wir finden sie. Ich bin der cholerische Part hier. Ähm. Hey du, du musst mir nur die Sachen dreimal sagen, die mir wenn schon... Hui. Ja. Muss ich korrigieren, hier war ich schon, aber ich erinnere mich an das Ding. Machst du's schon wieder. Ja, geil. Ich bin der Obo und ihr so. Ich war zuerst oben. Komm schon. Hui. Das geht ja richtig gut, hä? Mit dem Gravitationsfeld. Joa. Ich brauche auch eine Schule. Damit auch. Ich brauche nicht eure Hilfe. Komm, wir sind ja auf. Merken wir uns gut, wir brauchen nicht unsere Hilfe. Tschüss. Ja, in der nächsten Mal alles ohne ihn. Tschüss, Ben. Oho. Wir schafften's schon. Oh, das wäre der Obo. Ich glaube, wir müssen noch bleiben, das ist eine schöne Sache. Ja, eventuell habe ich da was kaputt gemacht. Dann komme ich deswegen nicht mehr so einfach hier hoch. Ja. Los, fliegt halt weg. Du brauchst uns nichts. Äh, Felix? Was denn? Oh, verdammt, ich bin blöd. Sag das nicht zu laut. Oh, man kann es laut sagen, sie sonst niemand hier außer euch zu zweien. Und ihr habt's eh schon gehört. Und ihr würdet mir auch niemals widersprechen dabei, von daher. Ja. Das war etwas zu, ne? Ja. Ja. Gibt's schon wieder dran jetzt. Ups. Da fällt ja alles runter. All das gebaut. Oh. Am besten mit ihm rein. Ja, da ist ein Kaktus mit Stacheln. Ja, da ist ein Kaktus mit Stacheln. Bin ich einfach drüber gelaufen. Hab mir gedacht, mach's drüber. Der schwingt vor allen Dingen ganz leicht. Oh. Wie war das? If you are brave enough, everything is a dildo. Was? Hallo, Schoente Paul. Alles ist ein dildo? Ja, wenn du, wenn du mutig genug bist, ist alles ein dildo. Ist so das Sprichwort. Oh Gott. Oh Gott. Welche Männer begrüßen bei den Feiern ausgedacht werden? Ich hab irgendein G-Mind bekommen. Cool. Ich hab auch. Bin ich so schnell voraus? War alles? Hab ich auch Erfahrung. Ach Chris, du bist irgendwie deutlich erfahrener als ich. bei solchen Sachen. Ein geleistet heißer Samenstrahl. Hab geschrieben, hat auch Erfahrung dabei. Der bist du durch eine Linse gebündelt. Was? Ähm. Ja, das müssen wir hier hören. Oh. 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 I'm helping. Ich glaub, da links oben ist aber noch was. Ja, ist er auch. Aber wie soll ich da ran? Hm? Links oben? Haben wir doch schon rausgeleert. Da oben ist doch nichts. Nein, das muss man sagen. Da oben ist doch was. Au. 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 Heiß, heiß. Hot, baby. Hot. Kannst dich nicht irgendwie einsperren? Nein. Kannst versuchen. Kannst du nicht töten? Oh. Okay. Ich bleib' bis hier draußen stehen. Wenn ich hab' das ohne uns. Na, Lumi? Okay. Wenn ich hab' das ohne uns, hat er ja gesagt. Hab' ich überhaupt nicht. Ich hab' ein bisschen. Oh. Ich hab' die ganze Zeit rein. Und jetzt hab' ich nicht reintrollen oder was? Nein, ich lass' mich rein. Guck mal, Lumi, du hättest es auch machen können hier mit dem Ding. So, bin oben. Hab' alles schon geholt. Aua. Hier, das Ding ist hier rum. Der Spiegel, der sich hier rum bewegt. Ich hab' übrigens hier euch einen Durchgang gemacht, wenn ihr jetzt durchlaufen wollt. Dankeschön. Und jetzt? Achso. Moment, ich mach's. Ja, das ist ruhig. Ja, das ist schon okay. Kannst du mir dieses blöde Feld wegmachen? Das ist ja schrecklich. Und Lumi trollt halt Lumi rein. Weil ich nicht hinkrieg' und nicht zu halten. Kannst du einfach aufhören? Das ist einfach, ob ich's mache. Ach ja. Weil ich das mit meinem Schild reflektieren kann und du es drei Minuten lang gebraucht hast, bis es gepasst hat. Was ist denn das hier eigentlich? Kannst du mit dem hier was machen, Lumi? Mit dem hier über mir? Was hier so komisch leuchtet? Ich mut' mal nicht. Ich mut' mal nicht. Ich mut' mal nicht. Ich nehm' das mal als Nein, kann ich nicht. Hier ist noch was. Huiiii. Tschüss. Hab's. Hab alles. Sollte ich nicht machen. Sollte ich nicht machen. Hey Benny, du bist da drüben, ne? Alles gut. Alles gut. Das auch, ja. Alles gut. Moment. Ich bin tot. Müssen wir, ja. Kannst'n Felix mal wiederbeleben direkt. Lumi, nach links. Aber ich glaube, ich kann das doch nicht alleine machen, oder? Ich muss es vielleicht lang genug aufladen. Wie geht's glaube ich? Ja, ich kann nämlich spritten. Ja, Lumi. Ich hab geschlafen. Komm, Benny. Ansonsten kann uns Lumi ja wieder erwecken. Aber warte mal, ich hab' mal was gesehen. Wie die Ben verfreut in die Hand klatschen muss ich. Ja, wie du halt daneben stehst, aber du zuguckst, wie die Tür wieder zugeht, ey. Ich hab geschlafen. Töte dich einfach. Ja. Könntest du. Was ist denn da? Ja, wir haben da rechts oben auch noch eine. Oh. Haha. Tschüss. Na, ist das da oben? Ja. Na ja, dann. Hui. Perfekt. Felix ist da oben. Ich dachte, der macht das schon. Ja, geholt. Weiter oben, ne? Oh. Ich hab' alle. Ich hab' alles geholt. Die Blicke der Helden fielen auf die Malerei an der hinteren. Ähm. Wer ist das denn? Ähm. Schaut den Kobolden wichtig zu sein. Ähm. Vielleicht ein Kobold-Gott? Ähm. Komm, ich helf dir! André! Angriff! Na super. Ähm. Kann ich fliegen lassen? Kannst du ihn wieder absetzen, damit ich ihn hauen kann? Dankeschön. Wir kommen jetzt so viele! Weiche! Oh. Was hat mir jetzt wehgetan? Ich bin tot. Ich müsste das alleine machen. Boah. Komm, ich hab' alle das zu stück. Die werfen sicheln. Das ist ja übel. Ich hab' alle gedacht, das wird nicht mehr zauern. Blumé, wenn du die fliegen lassen könntest, die äh. Oder so. Du sie einfach umlagern. Ich leg's auch mal aneinander und dann kannst du die fliegen lassen. Und dann kannst du so einfach wirken. Lalalala. Oh, Sola mio. Oh, warte. Ist schon richtig. Die Idee. Äh. Du könntest, glaub ich... Ach ne, du kannst nicht. Geht, er reicht ja so. Ihr schafft das. Glaub an euch. Kann man uns zurücklehnen und zuschauen. Können wir mal gucken, wie sie jetzt die Rätsel lösen. Wird irgendwie nicht langsam machen, oder? Ne, nicht so wirklich. Ist natürlich schade, aber ich müsste halt trotzdem springen. Das ist ja eigentlich das Seil durchtrennen, würde ich mal behaupten. Scheiße. Du, 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 du. Du musst Bumi das alleine machen. Naja, es ist ja nicht so schlimm, die Bumi müssen wir denn die nochmal besiegen. Ja, wir kriegen die Sachen ja nicht so nah oben, wir müssen Bumi. Bumi. Ey, guck mal, kann das Hund, kann sich direkt machen? Ja. Die Tür kann sich direkt machen. Wozu denn da oben stand, ey? Komm einfach da oben und du kannst dich auch da oben stehen. Da oben. Kann das Ding festhalten und dann da oben. Huiiii. Mach's einfach so. Perfekt. Wir drüben. Wir müssen doch noch da oben. Wir müssen doch noch da oben. Dann, äh, gehen wir nach oben. Zack. Huiiii. Was zur Hölle. Wat nen Raptor-Effekt. Wir kommen doch nicht mehr hoch, wir kommen doch nicht mehr hoch, ne? Nö, vielleicht muss ich selber wiederbeleben. Wie kann ich mich, ach so. Escape, zurück zum letzten Checkpoint. Ich bin da. Ja, guck mal, ich kann sie aufhalten. So geht das eigentlich. Oh nein. Ist Lumi grad nach unten gesprungen? Nein, ist sie nicht. Nein. Niemals. Sie wusste nicht mal. 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 Ich kann dich hier hochschieben, steig mal auf mich drauf. Hä? So soll ich mich draufsteigen und dann immer wieder springen und ich springe von unten dagegen. Dann kann ich das gleiche machen. Baba, da, 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 da. Kann ich hier einfach festhängen? Ah, ins John Cena? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal drauf. Ja, aber wartet doch mal. Ich muss doch erst mal das Ding hier wegbringen. Hier. Ich muss mich ja erst mal hier oben anhängen. Warte doch mal. Chili, Milli. Chili, Milli, Vanilli. Ah! Du hättest das Reflekte noch mal nach oben schießen können, um dich wieder zu retten, aber... Schmeiß mich. Achso, ich will dich schmeißen. Boah, Entschuldigung. Äh, du... Flea, kleiner Zauberer. Ich kann nicht mehr schmeißen. Wieso geht das nicht mehr? So, hops. Wie kommst du jetzt auf... Wie kommst du auf John Cena, Chris? Na, on. Ist doch gut. Ich stehe hier drauf. Also, alles okay. So, jetzt haben wir da oben alles noch mehr. Muss ich nochmal ein Hammer werfen? Nein. Hier, Hammer. Ich krieg das aber übrigens... Ich krieg das aber... Ich krieg das aber... Ich krieg das nicht mehr. Das Ding, was ihn erwischt hat? Achso, RKO out of nowhere. Ahhhhhhhhhh. Jetzt hab ich's verstanden, ja. Irgendwie noch eins. All K.O. out of nowhere. Ja. 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 Hier ist ein... Ja, genau. Da ist nämlich was, wo man durchlaufen kann. Guck mal. Huah. Wir brauchen das Gravitationsfeld links unten, Felix. Da, wo das Ding unter dem Schalter hängt. Oder so. Warum ist das eigentlich jetzt so viel langsamer geworden? Das Gravitationsfeld funktioniert irgendwie komisch bei den Fallen. Das ist sehr gut. Oh. Oh. Da kommen wir nicht nach links. Ähm. Warte mal. Entschuldigung. Ich wollte es nicht so machen. Ich muss trotzdem nochmal da hin. Um die Sachen einzusammeln. Äh. So geht's nicht. Achtung. Wenn Felix das runter drückt, dann kommt er nicht mehr hoch, glaube ich. Oder? Oder kannst du den Spiegel rechts drehen, Lumi? Hörst du mir noch zu? Bist du gemutet? Ist alles gut bei dir? Kannst du den Spiegel direkt rechts drehen, dir das Ding flext? Der unten rechts. Kannst du den drehen, wenn Felix oben drauf steht. Lumi, bist du gemutet? Du bist... Also... Ich bin gemutet. Wann bin ich gemutet? Sorry. Ich dachte, ich gehe die ganze Zeit mit euch und dachte, ich wäre gemutet. Benni? Kannst du den rechts drehen, Lumi? Kannst du den Spiegel direkt drunter drunter? Der ist flext... Der, genau. Perfekt. Also ich bräuchte am besten hier oben. Du musst da nur stehen bleiben. Alles gut. Ne, komm. Wie kriegst du das Ding auf? Ne, da muss gegen... Hüpfen. Ähm. Kannst du da links? Benni. So, dagegen. Ja. Da gehen. Jetzt kann einer noch links. Oh, einer. Eine. Aber das ist wieder zu. Du musst jetzt kurzzeitig dagegen. Hä? Ich verstehe das System nicht. Ich jetzt auch nicht. So, du bist eben auch noch mal dagegen. Dann ging es noch mal kurz auf. Ne, es hat nichts mit dagegen hauen zu tun. Gehen wir von dem Ding runter, wo er gerade drauf steht. Ja. Nö. Das ist es auch nicht. Hat hier unten jemand was verschoben? Hat man hier nur eine Chance? Das wäre ja übel mies. Nee. Kann... Aber ich kann den Knopf nicht mehr drücken. Aber du, mich steht ja auch die ganze Zeit auch vor. Geh mal da weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Komplett. Könnt ihr mal eine Kiste auf das Ding, was denn hier... Jetzt kommt er nämlich wieder vor. Komm Benni. Rüber. Warte mal. Warte mal. Lumi erstmal hochkommen. So, jetzt mach ich das. Jetzt könnt ihr durch. Jetzt könnt ihr durch. Jetzt könnt ihr weggehen. Jetzt könnt ihr durch. Nicht mehr. So. Neuer Versuch. Ihr müsst das schon timen. Jetzt müssen wir durchkommen. Au. Super schuldig. So. Er drückt jetzt aber denke ich mal nicht weiter, oder? Doch. Doch, doch. Nicht weiter. Okay. Ich komm zu euch. Das ist ja die einfache Variante. Ja. Autsch. Tschüss. Alles gut gemacht. Wir machen hier ein bisschen den Jano Jones, Guys. Das hilft. Doch, das ist auch eine Option, weil jetzt ist dauerhaft ausgelöst und es kommt nicht mehr raus. Wir sind ja vielleicht da rüber. Aber hier links ist noch was. Brauchen wir hier irgendwie einen Knopf? Irgendwie eine Mechanik. Hier ist irgendein Seilzug-Ding. Ja, da oben ist irgendwas. Kannst du dich vielleicht hier oben dranhängen? Kannst du dich hier in das Raten, damit du dranhängen? Ja, damit du es dreht. Oder das Schießen, die andere Option. Ach nein. Ich kann es runterholen. Ist sonst was? Ja, dann kommen wir da hoch, ist die Frage. Macht irgendwas mit dem Seilzug, oder was macht der Seilzug? Irgendwas. Warte mal, hier ist auch noch so ein Seilzug-Ding, das aber nicht verbunden ist, wo du grad drauf standest hier. Ja. Kannst du daran ziehen irgendwie an dem Ding hier? Dem da? So. Das ist es. Ich würde gerne oben, ich würde gerne mal oben rein. Oben ist bestimmt noch was drin. Da sieht mir so nach Raum aus. Irgendwie eine Knabatte ist es genau. Genau. Hier oben ist nämlich noch Staff. Staff? Äh, Moment. Ich hole das. Eins. Ops. Ops. Man kann das drehen, seht ihr das? Jetzt brauche ich glaube ich Hilfe. Tatsächlich. Weil ich nicht weiterkomme. Oh, Moment mal. Ja. Okay. Wir müssen glaube ich den Kopf hier, der hier rechts ist, der muss nach links. Wir brauchen den Zauberer. Der Kopf hier muss nach links. Der Kopf, aber das Sohn fällt, ist ja gekommen, genau. Ah. Hier. Ich hoffe bis dahin. Helbetod. Ja, der muss da halt hoch. Braucht ihr meine, äh, Dingens Fähigkeiten? Ich bin da oben oben. Ich bin aber nicht mehr oben, dann müsstest du das alleine machen da oben. Ja, den Kopf bewegen auf die Statue drauf. Würde ich sagen, ja. Ding. Aber jetzt sind wir immer noch nicht. Kommt ihr hier unten dann dahinter? Könnt ihr hier irgendwo runterfallen dann links? Also ich komme auf jeden Fall erstmal hier nach hinten. Sammlergemälde. Okay, nice. Man merke es hier oben dann auch nicht. Ne, ich. Aber irgendwie muss man noch nach links kommen. Da sind Sachen zum einsammeln. Und da war ich auch schon mal. Da links? Ja, hinter der Wand links. Äh, Mumien. Irgendwie muss man da durchkommen können. Ich mach das schon hier. Ich würde ja gerne, aber ich muss mal kurz Sachen kaputt machen. Dann helfe ich dir. Ich mach das schon. Ich muss die Mauer vielleicht kaputt machen. Aber die Mauer können wir nicht kaputt machen. Also passiert nichts, wenn wir die versuchen kaputt zu machen. Oh. Ah, da oben sind ja noch Sachen drin. Oh Gott. Dreh mich doch nicht. Jo, entspann dich. Was machst du denn da unten, Mann? 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 Nehm, Felix! Ja, weil ich kann doch so oft hier, wenn ich... Ja, hier links ist doch noch was. Warum seid ihr denn so weit weg? Weil wir, keine Ahnung, bis dahin kommen. Au, Mann, Hammer dahin. Hab ich schon dreimal. Mach dir nix in der Wand. Da oben. Danke. Dann weiß ich auch. Also ich weiß ja nicht, was an dem Ding hier ist. Ob man an dem irgendwie ziehen kann oder so, Mann. Na, Mann, aber das ist halt nix. Oh, warte mal hoch. So, guck mal. Geheimgang. Was ist denn das jetzt? Ja, weil du an dem Ding gezogen hast, glaube ich. Ich ziehe ja die ganze Zeit schon dran. Ne, dem hast du jetzt zum ersten Mal gezogen. Nein, 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 da wart ihr nicht da. Da hab ich schon dran gezogen. Aber jetzt ging's. Keine Ahnung. Seltsam.